Und im zweiten Set machen wir jetzt auch so einen kleinen Ausflug mal in die Neckarstadt, wo wir uns herkommen, an den Klinkenden Platz. Und da geht's ganz einfach um Erlebnis, um Kindergedanke. Es geht um Sandkasten-Spieler am Klinkenden Platz. Es geht um Räuber und Gendarmen in Ruinen. Spessins im Kapitol bei der Schlacht am Apanschepass. Kinderträume und Illusionen, die sich im Lauf und Leben leider oder Gott sei Dank verändern. Spessins im Kapitol Spessins im Kapitol bei der Schlacht am Apanschepass. Spessins im Kapitol bei der Schlacht am Apanschepass. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018